Wie ernährt der natürliche Kohlenstoffkreislauf den Boden? Europa erzeugt jährlich 116 Millionen Tonnen biologische Abfälle. 59 Millionen davon sind Speisereste. Dieses feuchte Material wird oft verbrannt, wodurch sich die Energieausbeute verringert, oder es wird deponiert und somit zu einer Verschmutzungsquelle. Zudem verhindern diese Verfahren seine Rückführung in den Boden und blockieren so den natürlichen Kohlenstoffkreislauf. Die Bioabfälle sind jedoch für den Boden unverzichtbar. Sie beherbergen und ernähren Mikroorganismen. Sie binden Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor und reduzieren ihre Auswaschung durch den Regen. Sie belüften den Boden und fördern seine Durchlässigkeit. Sie speichern Wasser und erwärmen den Boden dank ihrer dunklen Färbung. Wie aber kommen Bioabfälle zurück in den Boden? Durch Kompostierung, die die Bedingungen für den biologischen Abbau optimiert und es dem organischen Material ermöglicht, zurück in den natürlichen Kohlenstoffkreislauf zu gelangen. Es gibt zwei Arten der Kompostierung. Die industrielle Kompostierung erfolgt unter kontrollierten Bedingungen. In der ersten Phase zersetzt sich das Material. Anschließend steigt die Temperatur durch die Aktivität von Mikroorganismen auf bis zu 75 Grad. Dadurch sollen Krankheitserreger in den Abfällen tierischen Ursprungs beseitigt werden. Dies wird als Hygienisierung bezeichnet. Sinkt die Temperatur wieder unter 30 Grad, beginnt die Reifephase. Das Material wird nun nach und nach von anderen Organismen verdaut. Kompostwürmer, Milben und andere Insekten. Nach drei bis sechs Monaten erhält man ein kohlenstoffreiches Material, den Kompost. Die Kompostqualität wird durch nationale Umweltnormen und Gütezeichen geregelt. Sie hängt jedoch vor allem von den kompostierten Materialien ab, die nicht mit nichtbiologisch abbaubaren Abfällen verunreinigt sein dürfen. Bei der Heimkompostierung wird hingegen eine Temperatur von 30 Grad nicht überschritten, weshalb sie zwei bis viermal länger dauert. Diese althergebrachte Praxis erfordert aber Fachwissen und regelmäßiges Umsetzen, um die Aktivität der Mikroorganismen aufrecht zu erhalten. Der Kompost regeneriert die Böden und fördert das Wachstum neuer Pflanzen. Dank Photosynthese binden diese den Kohlenstoff aus der Atmosphäre und halten den Kohlenstoffkreislauf aufrecht. Zudem lässt sich durch die Nutzung von Kompost die Klimaerwärmung bekämpfen. Die Initiative 4 per 1000 zeigt, dass eine jährliche Steigerung des Kohlenstoffgehalts in den Böden um 0,4 Prozent die gesamten durch menschliche Aktivitäten erzeugten CO2-Emissionen ausgleichen könnte. Unsere Speisereste sind eine unentbehrliche Ressource. Sie verbessern die Bodenqualität und halten den Kohlenstoffkreislauf aufrecht. Also verwerten wir sie.